3018 Es war einmal ein kleines Mädchen namens Rotkäppchen, das in einem kleinen Dorf lebte, das von schönen Feldern und Wäldern umgeben war. Rotkäppchen war etwas ganz Besonderes, denn ihr Haar war rosa, wodurch sie sich von den anderen Kindern abhubt. Rotkäppchen hatte ein ganz besonderes Haustier, ein Kätzchen namens Mia. Mia war ein Kätzchen mit rosa-weißem Fell und leuchtend grünen Augen. Rotkäppchen und Mia waren unzertrennlich, spielten immer zusammen und passten aufeinander auf. Eines Tages bat Rotkäppchens Mutter sie um einen sehr wichtigen Gefallen. Sie sagte, Rotkäppchen, deine Großmutter ist krank und braucht dich, um ihr einen Korb voller Essen zu bringen. Kannst du mir diesen Gefallen tun? Rotkäppchen nickte eifrig und zog sich seinen rosa Lieblingsumhang an. Bevor es ging, warnte Rotkäppchens Mutter es, pass auf Mia auf und komm nicht vom Weg ab. Der Wald kann gefährlich sein. Rotkäppchen versprach, vorsichtig zu sein und küsste ihre Mutter zum Abschied. Rotkäppchen und Mia machten sich auf den Weg zum Haus ihrer Großmutter. Als sie durch den Wald liefen, trafen sie den großen bösen Wolf. Als der Wolf Rotkäppchen sah, kam er auf sie zu und fragte, wohin gehst du, Rotkäppchen? Ohne Angst antwortete Rotkäppchen, ich gehe zu meiner Großmutter, die krank ist. Ich bringe ihr einen Korb voller Essen. Der Wolf grinste schelmisch und sagte, oh, das ist sehr nett von dir. Aber würdest du nicht gerne ein paar Blumen für deine Großmutter pflücken? Ich bin sicher, sie würden ihr den Tag verschönern. Rotkäppchen dachte eine Weile nach und beschloss, dass es eine gute Idee wäre. Mia, das Kätzchen, wurde nervös und flüsterte dem Rotkäppchen zu, sei vorsichtig, Rotkäppchen. Der Wolf sieht nicht vertrauenswürdig aus. Rotkäppchen nickte und bedankte sich bei Mia für ihren Rat. Während Rotkäppchen Blumen pflückte, ging der Wolf voraus und kam zuerst zu Großmutters Haus. Der Wolf gab vor, Rotkäppchen zu sein und klopfte an die Tür. Die Großmutter, die im Bett lag, sagte, komm herein, meine Liebe. Der Wolf kam herein und griff die Großmutter an, um sie zu fressen. Doch in diesem Moment rannten Rotkäppchen und Mia herein. Rotkäppchen, mutig und entschlossen, schrie den Wolf an, halt, du großer böser Wolf. Ich werde nicht zulassen, dass du meiner Großmutter etwas antust. Der Wolf, der von Rotkäppchens Mut überrascht war, rannte durch die Hintertür hinaus. Rotkäppchen lief zu ihrer Großmutter und umarmte sie, um sich zu vergewissern, dass es ihr gut ging. Die Großmutter dankte ihr und sagte, du bist ein sehr tapferes kleines Mädchen, Rotkäppchen. Danke, dass du mich gerettet hast. Von diesem Tag an wurden Kapuziner und Mia die Heldinnen des Dorfes. Alle Kinder wollten wie sie seien, mutig und entschlossen. Kapuzinerin lernte, wie wichtig es ist, auf ihre Intuition zu hören und sich nicht von Äußerlichkeiten täuschen zu lassen. Und so lebten Rot und Mia ein glückliches und abenteuerliches Leben zusammen, immer darauf bedacht, sich gegenseitig zu beschützen.